Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Peter Heinrich von easydav.de. Ja, authentische Kontexte zum Deutsch lernen. Wo findet man die besten Inhalte? Das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, das Video heute ist ziemlich spontan aufgenommen, also total spontan. Ich habe nämlich heute folgende E-Mail, folgende Nachricht erhalten. Lieber Peter, du bist wirklich ein perfekter Lehrer. Ja, das freut mich natürlich, aber es geht jetzt hier um was anderes. Ich fange mit deutscher Familie Videos langsam an. Kann man MP3-Materialien ohne Internet benutzen, bitte? Ja, ich muss zugeben, ich gebe euch jetzt nur einen Tipp, wo man super authentische Inhalte herbekommen kann. Und das sind nämlich unsere Gastfamilien-Videos, unsere Online-Videos, die ich zusammen mit meiner Familie über eineinhalb Jahre lang aufgenommen habe. Wir haben 128 Videos online. Und die Frau hat also jetzt beschrieben, dass sie angefangen hat, diese Gastfamilien-Videos sich anzusehen. Und sie fragt jetzt, ob sie die MP3-Tonspur auch ohne Internetverbindung sich ansehen kann. Ja, das kann man. Wir schauen uns das gerade mal an. Ich zeige euch das kurz und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Also wir sind hier in unserem EasyDAF Campus Mitgliederbereich. Und hier unten findest du die unter der Kategorie Wortschatz, Hörverstehen, Kultur, Landeskunde. Hier unsere Familienvideos. Deine deutsche Gastfamilie, so habe ich das einfach genannt. 128 Videos sind da drin. So, hier sind wir im Inhaltsverzeichnis. Ich zeige dir gleich, wie du dir das später ganz in Ruhe anschauen kannst. Ich gehe da jetzt nicht durch alle 128 Video-Inhalte durch. Das wird zu langweilig und dauert zu lang. Aus aktuellem Anlass, weil jetzt bald Halloween ist, zeige ich euch das mal hier an diesem Video. So, man kann übrigens auch hier dieses Inhaltsverzeichnis hier einfach wegmachen. Dann ist das etwas übersichtlicher. Also über jedem Video finden wir hier einen Reiter namens Materialien. Also unterm Video findest du immer noch einen Test zum Video, einen Verstehenstest. Du kannst hier immer Untertitel ein- und ausschalten, Deutsch, Englisch oder gar keine. Und hier im Reiter Materialien findest du nun also Materialien zum Runterladen als PDF oder Word-Dokument, das Arbeitsblatt. Oder hier ist der MP3-Podcast, den kannst du dir hier einfach runterladen und dann auf deinem Gerät beliebig dir anhören, natürlich auch ohne Internet. Ja, ich gehe nochmal zurück. Nochmal für alle, für Lehrerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Lehrerinnen oder Lernende. Oftmals ist es ein Problem, wenn man authentisch Deutsch beibringen möchte, wenn man selbst Deutsch lernen möchte. Wo finde ich denn authentische Gesprächsanlässe? Wo finde ich authentische Inhalte? Wo ich wirklich ganz normales Alltagsdeutsch höre und auch entsprechendes Vokabular zur Kenntnis nehmen und lernen kann. Und wo ich sogar die Sicherheit habe, auch mit Untertiteln zu arbeiten und mal auf Pause zu drücken. Und da kenne ich wirklich keinen besseren Inhalt eben als unsere Gastfamilien-Videos. Und du kannst dir auch Beispiel-Videos anschauen. Trag dich einfach in unser, das ist alles verknüpft mit unserem Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik. Hier wird es nochmal eingeblendet. Also, trag dich hier kostenlos ein. Ich zeige nochmal, wo du dann rauskommst. So, das ist jetzt ein Account, wo noch nicht alles freigeschaltet ist. Wenn du dich für den kostenlosen Crash-Kurs einschaltest, hast du hierzu Zugang. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Das siehst du ja dann. Es ist wirklich kostenlos. Trag dich hier ruhig ein. Du hast hier auch einige weitere Inhalte noch freigeschaltet. Und hier ist jetzt unsere Gastfamilien-Sektion. Und du hast hier schon mal vier Beispiel-Videos, die du dir mit diesem Gedächtnis-Crash-Kurs zusätzlich auch anschauen kannst. Vier kostenlose Videos sind da vorbei. Nämlich diese vier rund ums Haus. Dampfnudeln mit Weinsauce. Besuch von den Simpsons aus den USA. Und das Treffen mit Diliana in Marburg. Ich gehe noch mal raus. Und auch wenn der Kurs hier noch nicht freigeschaltet ist, du kannst dir dann trotzdem in Ruhe das Inhaltsverzeichnis anschauen. Das machen wir jetzt gerade mal. So, hier kannst du dann also ganz in Ruhe durchscrollen. Da sind jede Menge sehr, sehr interessante Inhalte dabei. Wie gesagt, wir haben uns eineinhalb Jahre lang gefilmt. Jetzt ist gerade eine sehr heiße Zeit, weil jetzt sehr viel passiert im Jahr. Also es liegt bald Halloween, steht bald an. Dazu haben wir ein Video gedreht. Du lernst Vokabular zum Kürbiskaufen, Kürbisschnitzen, Kürbis aushöhlen. Was machen deutsche Kinder an Halloween? Ja, es ist ja auch jetzt kein Fest, was für mich jetzt prägend für die deutsche Kultur ist. Aber man kann es nicht aufhalten. Danach kommt so langsam schon die Vorweihnachtszeit. Da geht es ums Plätzchenbacken. Da könnt ihr dabei sein, wie wir alle Zutaten zusammensuchen und eben backen. Es geht um Christstollenbacken. Also die ganzen Backvideos in der Vorweihnachtszeit. Nikolaus kommt bald. Dann kommt die Adventszeit. Dann holen wir einen Weihnachtsbaum aus dem Wald. Und wir schmücken den Weihnachtsbaum. Also es gibt jede Menge interessante Sachen, Inhalte aus der deutschen Kultur. Alles mit einer authentischen, echten deutschen Familie, mit meiner Familie. Mit Untertiteln, mit Übungen. Also die Videos werden verwendet von Lernenden natürlich auf jedem Niveau. Also ab A2, wenn du schon ein bisschen was verstehst, kannst du schon sehr viel lernen davon. Schau es dir immer weiter an mit Untertiteln. Dein Hörverstehen wird sich immer mehr verbessern. Natürlich benutzen auch Lehrer unsere Videos. Und es geht ja darum, dass du wirklich aktiv Deutsch verstehen und sprechen lernst. Und wenn du dann dich für die Campus-Mitgliedschaft entscheidest, dann gibt es natürlich auch jede Woche zum gleichen geringen Preis, das ist also so gut wie geschenkt, gibt es Konversationskurse. Die kann ich euch auch gleich mal zeigen. Also ich gehe dazu nochmal in den freigeschalteten Account. So. Da hast du hier unseren Konversationskurs. Wenn du hier draufklickst, wird also immer, du siehst jetzt aktuell ist das Thema Streitkultur am 28.10. Und hier findest du Vorbereitungsmaterialien zum Runterladen. Und hier geht es dann zum Live-Unterricht bei Zoom. Und falls du mal eine Sitzung verpasst hast oder falls du nicht live dabei sein kannst, dann haben wir hier Aufzeichnungen unserer Archiven. Da sind 57 Videos schon enthalten. Da kannst du auch draufgehen. Und kannst dir alle bisherigen Themen als Aufzeichnung anschauen. Und natürlich kannst du dir hier in der Materialsektion auch hier die Chatdatei anschauen, welches Vokabular wurde eingeführt während der Sitzung. Und hier kannst du dir auch die Tonspur runterladen und auch die Vorbereitungsmaterialien nochmal von unserer Online-Lehrerin. Also es ist wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr gutes Material, auch für Lehrer, die für ihre eigenen Konversationskurse ein bisschen Vorbereitungsmaterial brauchen. Es ist wirklich toll. Gut, jetzt habe ich uns selbst genug gelobt. Aber wenn wir gute Materialien haben, dann ist es halt so. Also tragt euch erstmal kostenlos ein. Da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen. Ihr kriegt schon tolle Inhalte, wirklich kostenlos. Vier Gastfamilien-Videos und natürlich den Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik. Und beim Sprech-Chat, das habe ich jetzt ganz vergessen, da sind auch einige Lektionen kostenlos freigeschaltet. Okay, ihr könnt nichts falsch machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das war es für heute. Verzeiht, wenn es ein bisschen Eigenwerbung war heute. Aber wir müssen ja auch von irgendwas leben. Bis zum nächsten Video. Das war Peter Heinrich von easy-daf.de. Vergesst nicht, bei der Website vorbeizuschauen. Und vergesst nicht, unseren Kanal, meinen Kanal zu abonnieren. Und die Glocke dabei zu aktivieren. Bis dann. Tschüss.